So, dieses Video soll erstmal ein weiteres Fun-Video sein. Und zwar werde ich erstmal ein Gebiet auswählen. Ich habe jetzt Single-Clear-Commands, also 1.6-2-Spiele. Jetzt wieder, als Single-Clear-Commands, setze ich hier die erste Position hin, weil ich will nämlich das von unterirdisch her brennen lassen. Also einfach nur durch Single-Clear-Commands, also einfach Holz setzen und schon ist es. Jetzt werde ich hier die Position 2, hier hin und jetzt replacen. Replace, also erstmal Stein zum Holz. Ach, ich muss ja noch extra einen Wert machen. Da ist nämlich das alles unten selektiert. Replace 1 zu 5, also Steine zu Holz umsetzen. Da sind 494.000 Steine in der Fläche. Und jetzt replacen. Replace 2 ist Gras zu Holz. Da sieht man das selektierte Gebiet, das ich hier aufgewählt habe. Das ist jetzt alles zu Holz gemacht worden. Replace 3, das ist Erde. Replace 5, also jetzt Erde auch noch umwandeln in Holz. Dann möchte ich noch nie Sand. Sand weiß ich ja die ID nicht so direkt. Jetzt setzen wir Sand zu Holz und jetzt... ...Grevel... ...Grevel... ...Auf zu Holz. Oh, 16.000 Grevel-Blöcke. Und dann noch das Wasser. Wasser auch noch zu Holz umsetzen und jetzt Snow-Clip an. Dann sieht man, was das für Sinn hat, wenn ich hier alles gemacht habe, die Befehle. Man sieht hier unter Erde, das ist jetzt hier alles auf Holz. Und es fängt an zu brennen, durch den Lava. Hier fließt zum Beispiel auch Lava und es fängt alles an zu brennen. Die Erde habe ich dabei nicht umgeändert. Also das würde die ganzen Erde alles freilegen. Warum die Erde da? Und die ist weg. Sollte nämlich eigentlich keine Erde mehr sein. Aber da ist ein Creeper. Sollte nämlich. Sollte nämlich. Lava ist ein Creeper. Und jetzt, die Lava. Lava ist Kek. Sollte nämlich Scherw include. Orr. Oder etwas nicht der Diamante. Es ist ein Diamant? Es ist aber nicht der Diamante. Nein! Es ist nicht der Diamante! Aber wir wollen es... Von der Zeit... Gute irdisch, vielleicht langsam an sich nach oben durchzuarbeiten, da oben sind Bäume und Eichen, da oben geht auch noch zum Höhlen-System lang noch, hier kann man ja auch irgendwie nach, hier ist alles Stein gesehen, über Erde oder sonst noch, hier ist Kohle, dann ist es gut, wenn man hier, wenn man hier normal in die Welt reingeht, geht hier in diese Höhle rein, nimmt direkt Kohle. Und die geht nicht weit, oder nein, geht weit, geht hier hin, hier ist ein Lavaweg, die brennt, das ist jetzt höchste Feuer, das ist schon gut hingefallen, Le Feuil geht déjà là, direkt, dann kann ich nicht gehen. Und die Nacht. Ei lás ja, vorrech. Er ist ein Power, hier ist ein Reich. Lüftelig fast. Lüftelig jetzt in der Nacht. Oh ja, es ist gleich noch was ich hier. Das Feuer ist an der Oberfläche angekommen. Löffel in Lach. Warte, Senni. Warte, Senni. Die brennen jetzt hier ab. Warte, Senni. Und was die Warte, Senni. Ich bin junger, so recht. Ich bin in einen Wald. Jetzt brennt der Wald. Das Feuer ist jetzt nach oben durch. Ich habe das schon mehrfach gemacht, aber ich bin bisher, es ist mir nicht gelungen, dass man ins Feuer an den Oberfläche gekommen ist. Oder einmal ist es nur einmal so, aber es hat keinen Wald ab. Das Waldbrennt, das ist jetzt hier. Jungs. Senni. Und wie kommt das? Es wird hier immer noch. Mhh. ... und die Farbe ... ... und zum Spanien ... ... und das immer wichtig ... ... und zum Beispiel im Borg ... ... und zum Spanien ... ... und die Chüter ... ... das Sack ... ... der Ouschen ... ... denn die Chüter wird auch sterben ... jetzt wird sich das hier ausbreiten hier an zwei stellen ist es anscheinend schon an die oberfläche getreten hier brennt auf einmal die oberfläche hier brennt auch schon hier hat auch schon ordentlichen tat herangebrannt anna anna Ja, dein Problem ist wichtig für dich, für dich zu verrichten! Ein Bildschirm und Föss! Du guckst! Du guckst! Du guckst. Ich guckse zu uns auf den Kommentar. jetzt brennt hier alles, kommentar auf deutsch Ihr habt sehr schön die Video gefallen diese Video Das ist nicht schlimm. Und jetzt brennt und brennt und brennt, ja alles. Das ganze Holz brennt hier. Das ist ein gigantischer Krater, das wir noch aufs Frühstück machen. Da ist die Hoffnung, dass jetzt noch mehrere solche Feuer in die Oberfläche kommen. Dann hoffe ich mal, dass es wieder euch gefallen hat. If you want to blog, and like this... and subscribe. Suchen die Videos, dicen Minecraft. auch einmal die weitere Videos abonnieren, teilen und am besten auch der Videopositiv you'll hear them, I'll start on ..on CIO Game Mode нуж game mode NO game mode ZERO game mode ZERO du bist machte score ZERO du bist mit der Ich bin hier, in den Feuern. Ich habe eine Morte, die ich möchte. Und da ist das Ende der Video. Und jetzt ist das Ende der Video. Es kommt von dem Donner Tag.